Herzlich Willkommen zurück zu Mr. Jump S mit Level 8, Level 7 hat mir aber richtig die Nerven gekostet. Das war wirklich, wirklich schwer. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht wieder so anstelle. Oha. Ach. Schaut auch schwer aus. So einfach ist das Spiel gar nicht. Ihr könnt es gerne selber mal spielen, das Spiel. Aber es ist nicht so, so leicht. Aber das muss man echt mal... Gegen die Wand darf ich ja wahrscheinlich wieder nicht springen. Ich muss ja den Sprung irgendwie frühzeitig timen. Jetzt aber. Ja. Puh, okay. Level 2. So nicht. So macht man es natürlich nicht. Nachmachen nicht empfohlen. Ist ja auch so knapp hier wieder. Das ist so super, super knapp. Nein, das sind doch die Spitzen. Ich darf doch nicht auf die Spitzen kommen. Mann. Puh. Puh, okay, okay. Haben wir da noch eins? Ja, einmal müssen wir auch Level 8. Nein, ich muss auch springen. Kannst du auch weiterspringen? Ja, geht doch. Boah, diese schnelle hintereinander springen, das ist... Das ist schon echt gar nicht so... Nein, wieso kommst du da nicht hoch? Boah, beim fünften Versuch mit 18 Sprünge haben wir Level 8 geschafft. Und jetzt sind wir dann bei Level 9. Und das Spiel, ich werde immer verrückt, ey. Das ist wirklich schwer, das Spiel. Bis zum nächsten Mal.